Untertitelung im Auftrag des ZDF Menschen, Männern, die ein gesamtes Hochschulstudium geschafft haben, erklären zu müssen, wie die Glitoris funktionieren. Das ist doch dieser Film-Fuzzi, dieser Liebes-Dings. Oh Gott, der hat die ganze Flasche ausgetrunken. Na Fremder, hast dich in der Muschi geehrt? Das ist wieder einer von deinen berückten Ex-Freunden. Männer haben alle so ähnliche Gesichter. Guckt mal, der guckt sich selbst beim Kotzen zu. Du musst jetzt drei oder vier Tage untertauchen. Hallo, die haben sich als Tampons verkleidet und führen ähnliche Fruchtbarkeits-Tänzer auf. Wer weiß, was den der zum Anstellen kommt. Du siehst ja toll aus. Ich weiß, ich bin eine Glitoris. Sag mal, hast du den gestern geblumst? Ja, aber nur so aus Langeweile. Es war super öde. Sag mir, wie die Kotze aussieht. Wie schmeckt sie? Ich soll probieren? Ich hab damals die gesamte Kotze von Oasis durchprobiert. Danach hatte ich den Rausch meines Lebens. Die schockierende Wahrheit über Marvin Bosch. Weißt du eigentlich, wie das ist, wenn jeder Falls permanent vor dem ganzen Land ausgebreitet wird? Nichts, was in meinem Leben passiert, gehört mir. Nicht mal mein Schwanz. Du bist der geborene Max Mustermann aus Musterhausen. In meinem Fall ist Max Mustermann eine hundertprozentige Steigerung. Früher war ich immer nur der asoziale Türke. Keine Sorge, ich will keinen Sex. Ich finde dich überhaupt nicht attraktiv. Danke.